Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Aufgabe von den neuen Weltenherausforderungen. Hierbei gibt es die neue Aufgabe, suche das versteckte F im Ladebildschirm Neue Welt. Und zwar genau dieser Ladebildschirm hier, das ist der Neue Welt Ladebildschirm und hierbei ist so ein F versteckt und das müssen wir suchen. Wo das F ist, zeige ich euch direkt in einer Runde. So, und da sind wir auch schon in der Runde und wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Lazy Lake, denn genau dort gibt es dann dieses versteckte F, das ist da in der Nähe. Das konnte man nämlich auch auf dem Ladebildschirm sehen. So, hier vorne ist Lazy Lake, die neue Stadt, mitten auf der Karte, circa hier. Und da müssen wir hinfliegen, denn genau dort gibt es dann nämlich auch das F. Und dann gibt es dieses F genau neben der Stadt, hier ist so ein kleiner Hügel und hier müssen wir einmal landen und hier sehen wir schon, hier ist so ein F. Das soll das F sein, hier müsst ihr einfach hingehen, einfach suchen, so und dann zählt das Ganze schon, die Aufgabe ist fertig. Das ist die ganze Aufgabe, wie gesagt, in der Nähe von Lazy Lake, hier direkt an diesem kleinen Hügel. Hier ist das F, holt euch das und das wäre dann hier die ganze Aufgabe. So, wenn es euch weiter geholfen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Ihr seht auf jeden Fall jede Lösung hier. Und das war es dann mit dem Video, bis dann und ciao.